Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flutus heisst. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir sind wieder in DbD, da wieder der Super-Duo-Modus drin ist. Ich hab vergessen, wie er heißt, aber wir sind natürlich auch nicht alleine, sondern mit dem guten Larry. Hallo. Ja, ist der Modus nochmal, der heißt einfach nur 2-Hier, ne? Der steht letztlich unten rechts, Game Mode 2-Hier. Ja, ich bin, äh, ja, manchmal ist er, ich war gerade zu sehr auf die Kamera fokussiert, als jetzt nach unten rechts zu schauen, also. Ausreden. Ja, ja, gut. Ah, okay. Mother's Dwelling. Wow, vor den Bleithintern. Okay, direkt auf die andere Side of Life. Ah, hi, ach, den Skin, ja. Den Glatze-Skin. Ja, ja, den Glatze-Skin. Oh, da ist wer. Ah, hier ist auch wer. Boah, ich hab's Bies. Nee, ich hab andere Töpfe sein. Weil ich jetzt wen gehittet habe, oder? Ja. Stable. Dann machen wir James Bond bleib. Ja, ist schon wieder weg. So'n Scheiß. Ich bin aber auch gerade ein bisschen retarded unterwegs gewesen. Äh, oh. Da liegst du, ne? Das ist auch, glaube ich, Bill, den ich hier auch... Ich glaube, das ist Bill. Ach, wurde er jetzt instant gehuckt? Ja, ja. Du musst sie aufheben. Muss ich das gar nicht selber machen? Nee, nee. Letztes Mal musstest du sie ja irgendwie auf den Boden kicken. Ja. Äh, und diesmal nimmst du sie einfach hoch und dann... Ja. Wenn sie instant gehuckt geht, geht. Ja. So, erst mal kurz nachladen hier. Jetzt läuft der Grad mehr oder weniger stable. Oh, Leute. Also kann ich da daneben schießen. Oh, irgendwas DC, schade. Ah. Wiese Zeiten. Bumpler-Jack. Nice. Okay. Ist überhaupt nicht kontraproduktiv, wenn man eine fette Lampe in seinem Gesicht scheinen hat, während man ein Spiel spielt, was per se dunkel ist. Ha, ha, ha. Vor uns sind immer die Felixe, die... ähm... Bots sind. Im letzten Video war das, glaube ich, auch so. Echt jetzt? Ja. Ja. Können schwören. Oh, ich bin eigentlich gackt dabei. No problemo. Ja, bist du mir jetzt aber in die Arme gelaufen, Lady. So, dann... Dann hängen wir schön, hängen wir schön. Ist ein Bot. Lol. Ich bin gerade fragt, wo wir lähen. Das Bot ist mysteriös und komplex. Das hier schon wieder Bill... Ne, ist er... Ne, das ist... Wie heißt er? Ach. Da bist ein bisschen falsch... Okay, also... Das tut mir jetzt leid für dich, aber da bist du echt scheiße in die Ecke gelaufen. Aber das hätte genauso mein Movement sein können. Ja, das ist schon wieder hier... Wie heißt er? Wie heißt er? Wie heißt dieser Typ? Ich weiß es nicht. Äh. Er hat auf jeden Fall einen Namen. Höh. Hätt's gedacht. Wirklich, ja. Alter, du... Mastchen-Gen hier vor meiner Nase. Er bold. Bold and brash. Oh, da läuft wer. Er läuft in deine Richtung. Da läuft irgendwer in deine Richtung. Ja, warte, ich hab hier gerade noch selber. Ja, ja, alles gut. Schön von oben, vom Gen in Main erstmal runtergegrabt und runtergezogen. Hallo. Das ist doch schön. Oh, undetackable value, bro. Kein Problem, kein Problem. Ich helfe gern. Sable hat's gar nicht kommen sehen. Bäm, ja. Geil. Ja, bei Shaq ist ein bisschen scheiße. Soll ich mal umkommen? Nein, das war... Wo ist die hin? Ich dachte, das wäre irre gestöhnt, dass ich da höre. Dabei hängt dann nur eine scheiß Hebel. Ich hab mich selbst outplayed. Okay, die ist Richtung Main gelaufen. Alles easy. Da hinten läuft so, da hinten läuft so. Dich krieg ich noch. Das ist wer anders. Ja, scheißegal. Dich krieg ich. Lass mal reloaden. Aus Sicherheitsgründen. Firmensicherheitspolitik und so. Was? Oh, das war der Bot. Scheiße. Oh, nice. Nicht das, was ich jetzt eigentlich wollte, aber ist okay. Ein Spieler weniger ist ein Spieler weniger. Aber wo? Egal, ob Bot oder real. Das stimmt. Einer weniger, der Gens macht. Ja. Bist du tot? Ja, bist du. Tschüss. Da hast du eine scheiß Feng. Die hole ich mehr. Die mich angesneakt hat. Habe ich. Nice. Ja, ne Feng? Erst mich hier teabaken oder so, was das war. Keine Ahnung. Oh, das war close. Instant Karma. Der Jenny ist noch nicht fertig. Den muss ich mal schlagen, Alter. So geht das nicht weiter. Aber sowieso die Aufgabe, Gens zu schlagen, also... Ich bleib das da. Für Michaela, die wenig anhat. Ist die jetzt hoch oder ist die rund? Die läuft in deine Richtung. Warum läuft die in deine Richtung? Fang gerne herkommen. Ja, ja. Die ist jetzt gleich straight up hinter dir. Die liegt hier draußen rum. Die kommt jetzt vor... Ja. Oh, hi. Jetzt habe ich dir das... Du mir leid. Das ist gut. Ich weiß nicht, wer das ist. Vittorio oder... Vittorio ist das? Ja. So, erstmal ein bisschen... Das ist neu. Ich habe mich selbst geprankt. Ich habe mich selbst doppelt geprankt. Das. Da läuft ein scheiß Vittorio. Okay, den Vittorio habe ich. Es gibt ja drei Tore. Da war ja was. Ja, und auch mehrere Hedges. Ganz vergessen, ganz vergessen. Hier ist keiner am Tor. Jetzt mal die Michaela nach Brasilien schicken. Ja. Wichtig, wichtig. Äh, hier hinten ist auch niemand am Tor. Aber sitzt in der Hedge, ist gespawnt oder so. Ah, na. Eine habe ich schon mal. Eine ist konzertet. Äh, nicht gerne mit Michaela. Das ist dasselbe. Ich habe noch eine Hedge geclosed. Nice. Okay. Da ist sie in die Richtung. Ah, hier ist noch eine Hedge. Ja, okay. Hat sie, hat sie Glück gehabt. Ja, aber das war noch die letzte. Das war die letzte, reicht nicht. Jetzt kann es nur sein, dass die Fang schon an irgendeinem Gate war die ganze Zeit oder so. Das, äh, well, ne. Oder die Fang sucht aktiv die anderen Hedge jetzt. Ja, hier ist es bei mir. Fäng ist bei mir. Oh, ist jetzt gerade noch so geschafft, CJ. Ja, schade. Na gut, sie hat zwei hinkommen, zwei von acht hinkommen, es ist echt super gut, also kann man sich nicht beschweren. Ja. Und rasieren. Ach, ah, rasierst du wieder Leute als DVD-Killer oder wie? Echt? Genau. Erst rasiere ich hier DVD, dann rasiere ich meinen Bart. Kannst du mal so einen Stream mit Facecam machen, wo du dich rasierst und mit dem Rasierer steuerst du den DVD-Killer und dann rasierst du damit auch die Survivor? Ja. Also du rasierst im wortwörtlichen Sinne? Das wäre doch mal was. Warum hat es noch niemand gemacht? True. Cloak Spaß, ich gebe Gas. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich gerade mit zwei, äh, zwei krassen Movement-Junkies hier unterwegs, right? Äh, gut, mir ist es mehr so Chase als Movement, aber... Nee, weil, ich meine einfach nur, weil du fast-moven kannst. Achso, ja. Siehst du, wie schnell du anklockst, Alter? Ja. Okay, die Michaela habe ich auf jeden Fall. Das ging jetzt schnell, also das war eine schnelle Chase, die hat mir gefallen. Und ja, es war holy shit schnell, wie ich angeklockt habe, also... Ja, ja. Äh, cloak mir mal wieder rein. Auch wie schnell ich reinkloake einfach, also... Ja, ja, ja. Wie schnell ich damage... Ah, hi. Kann das mal im Normalen so sein, Alter? Ich werde... Hallo? Das war eine Wand, Harry? Harry? Ich meine, Sam. Der heißt ja einfach nur straight up Sam, finde ich super. Hallo, Stevie Boy. Das ist ein Mäkleb-Perfing, was du hast, Lara, ganz im Ernst. Der wollte gerade anhucken gehen. Also. Hallo? Okay, den Stevie Boy habe ich auch. Ich will es nicht jinxen, aber bisher, der Anfang läuft gerade schon mal besser mit Rave. Bin ich ehrlich mit dir? Ja, Rave ist halt einfach... Cloaken, Uncloaken, das ist total straight forward. Oh, ich sehe hier Scratch Marks. Ja, weil hier schon wieder so ein Quentin ist. Ja, wir haben sie gedoubletappt, Alter. Geil. Ja, wir haben sie gedoubletappt. Geil, geil. Hol ihn dir. Hol ihn dir, T-Shirt. Oh, ich hoppen. Sehr gut. Wo ist jetzt hin, da? Junge, 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 die muss aber los. Ja, aber richtig. Und der. Ja, war wohl nichts, Lara, ne? Das war jetzt nicht praktisch. Nen Flashy-Safe. Also, Lian, da, jetzt kriegst du Schläge dafür. Mir ist die Lara jetzt scheißegal. Du kriegst jetzt Schläge dafür, wenn ich dich finde. Wie los kann ich sein, dass ich ihn instant verloren habe? Bro will sterben! Bro will sterben! Er sneakt hier vor mir rum! Aussehen. Oh, ja, gut. Erlöse ihn. Ja, erstmal muss ich hier... Ich glaube, Lian will einfach nur hier schon wieder den Flashy-Safe raushauen. Also, erstmal kurz mich... Oh, was lecker! So, dann... Lieg du mal schön, oder häng du mal schön, oder so. Oh, hier wurde wer gekillt. Cool. Das sind zwei Kills, Alter. Blum, blum. Bling, bling. Was bedeutet das, wenn sie das Gefühl, diesen blauen Heiligenstein über sich haben? What? Ähm, ne Mann, dann aktivieren sie so eine Fähigkeit. Okay, ich schick sie ins Nebauer. Also, gerne, genau. Mach mal die Amazon-Delivery. Warum sagst du zu mir, dass ich kommen soll? Soll ich dich schlagen? Hä? Hä? Ist echt dich... Okay. Bist du sicher? Sicher? Okay. Ja, nett. Nett. Ich muss wollen blinken. Und ich mach's, Alter. Das ist Klatsch. Wir abchecken. Hallo, wer ist da auf dem Hügel? Habt's gesehen. Hinten, was hab ich gesehen? Ich hab ich gesehen. Ich hab' mir gefragt, wo wir jetzt hingelaufen sind. Ähm, das war irgendwie... Das war... Ich glaub, das ist irgendwie die falsche Taste gerade benutzt. Inwiefern hat er die falsche Taste benutzt? Äh, ich... Ich weiß nicht, was er machen wollte, aber er hat auf einmal ein Item aufgehoben. Ah, weil der Größte ja schon tot ist. Ah, hi! Hallo! Hier war ein Hedge, glaub ich. Ja, hier ist ein Hedge. Oder war ein Hedge. Was wird das? Was wird das? Was wird das, Bro? Was wird das? Ja? 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 Was wird das? Was wird das? Was wird das? Was wird das? Ja? 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 Jetzt willst du laufen? Okay, dann bist du jetzt geschlagen. Das ist mir gerade... Wollen wir ihm die Hedge schenken? Wenn du willst. Okay, dann lass uns mal ein Hedge finden. War ja nicht da einer, ich hab gerade einen gehört. Ich hab vergessen, dass man nicht... Okay, ne, never mind, wir schenken ihm doch nicht die Hedge. Ich hab alles vergessen. Ich hab jetzt nicht vergessen, dass ich da nicht rumtragen kann. Ich wollte ihn zur Hedge tragen. Ja, der passiert, wenn man mal nett sein will, ne? Was für ein Killer, was für eine klasse Witze? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde einfach Trapper spielen. Oh, okay. Bei Blythe bin ich zu blöd, Spirit bin ich zu blöd, Nurse bin ich zu blöd. Billy wäre ich wahrscheinlich zu scheiße im Driften. Ich mach Billy. Deathslinger hab ich schon gespielt. Rave jetzt auch schon eben, ne? Ja. Dann, äh, welche Klasse? Mongas, oder... Achso, du meinst vier Monga? Vier Monga, ja. Was würde sich denn am ehesten, also Monga scheinbar, oder? Ja, vier Monga wär okay. Shadow wär, denk ich, auch noch okay für dich. Und wenn nicht, kann ich auch Shadow nehmen. Enforcer würd ich vielleicht nehmen. Ich nehm nochmal ne Runde Shadow, dann kriegst du ein bisschen... Enforcer wär auch okay für dich. Also du sagst jetzt Enforcer, Vier Monga, oder Shadow? Ey. Ja, such dir eins aus. Drei von vier. Shadow würd ich vielleicht sogar noch am wenigsten nehmen, weil... Okay, okay, okay. Weil du musst halt in meiner Nähe sein, und ich bin halt einfach all over the place als Billy. Ja, true, true, true. Ja, dann mach ich, mach ich, ähm... Ja, ich mach Enforcer. Und so, wichtigere Frage, was für uns... Was hab ich hier für nen krassen Skin für ihn? Woher hab ich den? Schuh! Ja, den nehm ich! Ich hab wie letztens erst mitbekommen, dass sie jetzt bei dem Overwatch Classic das nur für ein paar Wochen machen? Ja, cringe. Ich dachte, die bringen das jetzt so fest wieder raus. Einfach so als, ja, Leute, die Overwatch 2 nicht spielen wollen, bitte, gönnt euch. Ey, dat wär mal was, aber wenn's nicht machen. Ich glaub, dann würden wir wieder öfter Overwatch spielen. Ja, ähm, weißt du wann, wann das kommen soll? Was? Der, der Classic Mode für die drei Wochen oder was es ist? In our watch? Ja. Äh, nö, keine Ahnung. Ich hab mich nicht angeguckt. Hallo! Ja. Gesehn. So, Ada. Not here. Ja, find ich auch not here. Hallo! Wen hast du gerade gehallot? Okay, nicht mich. Ich hab die halbe Map gefahren und hab ne... Jill. Oh, ich hab's nicht greift, ne? Okay, das war ein Freebie. Fuck. Langsam kann ich mal ein bisschen mitschaisen. Hier war wirklich wer im Schrank. Ich glaub's ja kaum. Einfach so mal im Schrank rausgegrabt. Ich hab wohl nicht gedacht, dass ich das mitkriege. Ich hab's nicht gerechnet, ne? Sehr gut. Da, man hat's nicht gerechnet. Ich weiß nicht, was dein Plan war, aber okay. Hallo, Nancy. Ich hab's nicht gerechnet. Da war ein Baum. Stamm. Da war ein Baum. Stamm. Hallo, wer macht hier Gän? Wer anhuckt hier einfach so? Oh, Nancy. Boah, da war ein Bursche, ey. Sehr gut, ich schick sie zur Hölle. Rennen sie weiter, sie sind schneller über die ganze Map gerannt als ich, also. Der Gän ist mir zu weit, erst mit dem Ingenieren. Hoi! Ja, Flo, schneid das raus, mein Sack juckt. Danke. Mal sehen, ob ich mich jetzt im Schnitt dann selber mobb uns trotzdem drin lasse oder nicht? Hoi! Ja, Flo, schneid das raus, mein Sack juckt. Danke. Mal sehen, ob ich mich jetzt im Schnitt dann selber mobb uns trotzdem drin lasse oder nicht? Stamm. Wer kommt denn in Hurted Soma in deiner Richtung? Ah, fast. Er ist ein bisschen von dir abgewichen. Ja, jetzt hat er mich gestammt, weil ich dumm bin. Passiert, passiert. Jetzt hab ich ihn trotzdem gelostet, weil ich brainer aufkomme, Alter. Wie kann das sein? Ach, ich lass mich heute auch stunnen wie so'n, wie so'n, wie so'n Billo, äh, Billo Bobby oder so. Äh, genau, geile Aussage, äh, Aussage, äh, Aussage, äh, Billo Bobby. Der Billo Bobby. Ich range einfach da an. Sehr gut. Das war die Trap. Yes. Ja, die sind da hinten bestimmt irgendwo. Äh, ich hab hier einen Soma, ich hab hier einen Soma. Ich hab die andere. Sehr gut. Ob ich sie schnell genug womit bekomme. Ja. Wo ist Soma? Bei mir. Ah, komm. Okay, hab ihn gehört. Ich sehe ihn. Ja. Oh, knapp, knapp. Du wolltest grad Batman rufen, oder hast du deswegen gelangt? Ja, wir, ja, ich bin auch Batman. Let's fucking go. Humorigst du ihn jetzt? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, 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 ja. Nöhm mal Toxic reinschlagen, ja, 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 ja. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt machen wir alle, right? Jop, das war right. Okay. Sehr nice, sehr nice. Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen und mich unterstützen, natürlich. Wer hätt's gedacht, dass mich sowas unterstützt? Ähm, ja, Larry, willst du noch was sagen? Ähm. Verdammt. Äh, ich bin... Illermain. Gut. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschio! 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 Untertitelung des ZDF, 2020